Ich darf Sie recht herzlich im Doppelhofpark, dem österreichischen Rosarium, begrüßen. Das Rosarium, das zu 100 Prozent ökologisch gepflegt wird. Wir werden immer wieder gefragt, welche Rosen sind wunderschön und robust und krankheitsresistent. Ganz einfach, kommen Sie in den Park, schauen Sie sich die Rosen an, die Rosenblüte, schreiben Sie sich in eine Liste ein, welche Sorten Ihnen besonders gut gefallen, vom Duft, von der Blüte her und kommen Sie mit dieser Liste im Herbst noch mal, vor dem ersten Frost und schauen Sie sich diese Sorten noch mal an. Steht diese Sorte im vollen Laub noch da, ist das eine sehr gesunde, sehr robuste Sorte. Steht sie schon ohne Laub da, dann ist die Sorte eher krankheitsanfällig und nicht so gut geeignet für den Garten. Und so kann man dann ganz leicht erkennen, wie man zu gesunden Rosen kommt.